Und dann rein in die Partie, mappen in blau. Das ist Blacher. Und dann geht es gleich ganz schnell auf Fassbender. Aber nur das aussendet. Putkamer baut mit auf. Und dann ist der Brovga da. Nachspielzeit. Erste Halbzeit 1 zu 0 für den SV Meppe. Spielte eigentlich nur noch der SV Meppe. Das ist der Neuzugang Kuruks. Kuda mittlerweile eingewechselt, aber Kuruks. Alle Spiele der dritten Liga live. Nur bei Magenta Sport. Alle Spiele der dritten Liga live.